wie es ist ich will einfach nur frei kriegen hier ja die Meister frei kriegen weil wir den mit der Proben Prozent mehr 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 ja auch mal jetzt zufrieden die uns es ist schade über die Granaten aber es ist nötig Und die tun wir mal da hin. Ich werde jetzt mal versuchen, den Gegner zu killen, aber der Gegner ist wirklich sehr, sehr stark. Selbst auf leicht ist der stark. Ähm, naja. Du musst schon sehen. Hat übrigens auch einen One-Shot. Und genau deswegen mag ich ihn nicht. So. Äh, hier liegt irgendwo was rum. Den will ich haben. Ja, na, 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 na. Äh, liegt hier eigentlich irgendwo was rum. Moment. Geh. Äh. Hallo? Ich will hier was haben. Mist. Äh, ich hab kein Wackel. Ja, okay. Missiles. Wackels. Nee, Missiles. Äh, bis jetzt noch schöner als aufsammeln. Äh, ich hab keinen Bock, äh. Ich hab keinen Bock auf die scheiß Gegner. Mal schön gucken, dass wir einen Slot noch frei haben, wenn wir den brauchen. Wenn wir den Gegner killen wollen. Und ich will den jetzt killen. Ähm, nom 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 nom. Weil wir den sonst noch nicht das halbe Level am Arsch haben. Der rettet es wirklich die ganze Zeit nachher, und das ist nicht witzig. Weil wir haben schon viel Schottgang, Moni. Das ist meinetwas. Äh, also eigentlich müssten hier jetzt irgendwo Minen liegen. Ja, ich finde die nicht. Lang sind nicht da. Geh mal zurück. Wo? Ja, ja, und da links. Nee. Nee. Pass auf. Nee, das ist die wahrscheinlich, äh, hatte ich die letzte Mal aus dem Verkaufen mitgenommen. Und du wirst auch gleich merken, warum. Oh, ich hab keinen Bock da drauf. Ich hätte Rocket Launcher mitnehmen sollen. Mann. Wenn ich sterbe, sage ich jetzt mal Absicht. Ja, wir hören jetzt. Also du hast es ja nicht, ich hab's jetzt schon gehört. Der neue Gegner. Ähm, dann nehme ich nachvoll die Waffe mal raus. Für die Keule hole ich den nochmal raus. Scheiße, und ich meinte eben noch, wir brauchen einen freien Slot. Jetzt fände ich die blöden Minen nicht. Wenn es überhaupt welche gibt. Hm. 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 Ich hab' keinen Bock mehr auf jeden Scheiß gegen mich. Nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal. Aber wenn die Machen nochmal nicht leer wäre, das wär' schon mal etwas. Ich hab' auch keine Lust, den zu killen jetzt, wenn wir's wohl nicht Muni haben. Einfach ein Headshot. Äh, hä, 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 hä. Schön wär's. Ich muss killen. Nein. So, ähm, wenn er diesen Nebel macht, habe ich gehört, er sei unverwundreich. Was? Nicht genau. Ähm. Es ist mir auch relativ flatte. Er darf einem nicht zu nahe kommen. Das ist einfach, das ist einfach die einfache Faustträge. Er lässt ihn nicht zu nahe kommen. Und könnt ihr ihn, wow, 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 der Rantier. Das ist ja nicht lustig. Wow, 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 wow. Scheiße ist das. Urser, 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 da ist er. So, der Trick ist nämlich, wir müssen hier dieses Ding nutzen, um, äh, in diese Richtung zu kommen, ohne dass er jetzt vor uns ist. wir sind jetzt an dem vorbei im Prinzip. Oh ja. Oh ne. Ich will jetzt einfach killen. Verschwendige Munition und Sterbe wahrscheinlich auch noch. Vielleicht kann der aber gut schätze. Hm, Reaper? Ja, kann sein. Das war eine Latte. Ja, ich glaube schon. Jaja, die droppen gute Schätze, aber das grenzt sie einfach nicht. Weil die halten so viel aus. Das ist sowas von krass. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass die Leichen die spinnen auf und greifen einen an. Wie man da schön sah. Und natürlich ist auch der Reaper weiter hinter uns her. Habe ich da einen Bock drauf? Oh, ich hätte eine Goldblit aufnehmen können. Reaper jedenfalls gefällt es nicht an. Ja, toll. Shever wurde natürlich jetzt von der Leiche angegriffen. Wenn Shever nicht gleich hier ist, dann ist sie wahrscheinlich tot. Ob ich der Reaper da ist. Vielleicht ist er an den Feuer da gelangt. Jetzt. Kann ich auf das? Wäre doch ein geiler Zeck. Wäre doch ein geiler Zeck. No. Schau mir nicht. Ich will den jetzt killen. Ich will den jetzt killen. Ich will den jetzt killen. So, zack. Oh cool, ich hab den in die Arme. Ey, schieß den die Beine ab. Es ist einfach, kann ich den Kleine abschießen. Oh, der hat seine Meinung nach gewöhnt. Oh, der hat seine Meinung nach gewöhnt. Das ist doch nicht so wütend. Oh, ich hab so geiler, dass ich die Muni jetzt muss. Das muss ich überhaupt nicht. Ich bin ein Kacken. Uah, und ich bin weg. das reicht, das kann ich dir wie scheiße du ein das ist der Mensch, der ist im Herzen geht er da hinten ey, wenn wir Glück haben, ist der jetzt down wo Gott sagt, der kommt da glaube ich nicht mal so toll geht er down ja, 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 ja down super, ich hab trotzdem das war episch nein, das war nicht, das war dumm weil ich meine, dass das jetzt passiert ist, dass die Kiste dann weggeschnitten hat ja, super, super, super da könnte man ja von der, äh, die Intelligenz der Monster oder von den Typen eben so schon, dass er die Kiste kaputt machen könnte oder so ja, ja, wir haben jetzt zum Glück, man könnte jetzt hier nochmal losrennen und, äh, die Goldketten einsammeln, die bei den Leichen liegen nur erst, würde gleich ein Anfall, weil die Halbtoten Körper ein Anfall und zweitens hab ich da keinen Bock drauf Punkt ich hab glaube ich mein Leben übersehen, aber Pech oh man, ich hasse das ich hab mich die 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 ja, die die ich so was kann es dort mehr frei sie gibt mir bei ihr aufgott sagt ich sage ich habe ich einfach die Bezüge genommen Ticket ab zu behindert jetzt in Köln können und wenn ich um das Leben flägt dann heutzutage auf die Fresse und ich denke dabei genau eine bestimmte Person die Klappe nein nicht nur okay oder nicht nahe ich das das ist noch schlimmer als der Reeper jetzt. Ach, wie gut, dass ich die Runde nicht spiele. Ehrlich. Ich glaube, du kriegst auch eine Lustige. Solange ich die nicht spielen muss. Ach nee, du kriegst die Runde mit mehreren Reepern. Da muss man zusammen. Ja, na toll. Haha. Ja, das ist ein Typ. Boah, Hilfe, ein Typ. Hier, pass mal auf. Die sieht aus, als hätten die nichts an. Maccella, wo ist Jill? Jill, Jill, Jill. Du möchtest eine broken Macarena? Nur als Single-Mine-Running-Header. Ja, ich weiß nicht, was zwischen die Creme kriegt. Ich krieg ja sowieso einen Hitz ab. Von Sella Currywurst mit Pommes. Ich nehme die Pommes. Warum steht sie nicht auf Currywurst? Ja, Currywurst. Nee, ich mache mir Pommes lieber. Komm doch rein, komm hoch. Ja. Ich stehe auf Pizza. Was? Das war aber nicht... Ja, Pommes Pizza. Das ist aber bestimmt geil. Die hat nie aus... Mom, 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 mom. Ich will mal sehen, wie die alte da unter dieser Kapuze aussieht. Die sehen aber sehr gut aussehen. Angeblich. Ja? Ja. Hast du gesagt. Echt? Ja. Ja, dann heißt es schön. Echt? Ja. Achso. Nee. Letzte Runde, wo ich gespielt habe. Was? Der Stein der Weißen. Hehehe. Harry Potter. Harry Potter und ein Stein. Was ist denn so ein Name her? Boah, der hat einen Stein nach mir geworfen. Ja. Evolution? Evolution? Das ist alle meine Lieblingsfilme. Evolution? Das ist der zweite, ne? Hä? Nein, nicht von Usain Evil. Der zweite heißt aus dem Apokalypse. Apokalypse. Nein, ich meine Evolution. Das ist ähm... Ach, dieser Evolutionsfilm. Ja. Ja, das ist so mit... Äh, ich weiß gar nicht mit wem der ist. Der ist total lustig. Wo sie für Head & Shoulders Schleichwerber machen. Ja gut, am Ende machen sie ja wirklich Werbung und nicht nur Schleichwerbung. Ja, das ist voll geil dafür. Ja, wir können mich über uns da aufhalten mit 4 Millionen Liter. Head & Shoulders! Ja, das ist so geil. Ja, das soll jetzt halt auch eine Reduzierung sein. Ja, der Kölger wird feiern werden. Das ist ja jetzt. Mit der scheiße Schlaf. Entschuldigung, dass ich das zu sag, aber... Das ist übrigens jetzt Oloboros Kono. Hallo, 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 hallo. Ja, scheiße, müssen wir erst laufen. Scherber wollte jetzt natürlich bei den ganzen Muni wegballern. Aber wir müssen zu dem Winkel müssen... Im Prinzip die Flammenwerfer ansprechen, was irgendwie ein bisschen dumm ist. Äh... Er ist aber lahmarschig, der ist, äh... Ja, zum Glück. Ja. Äh, wir müssen den Flammenwerfer im Prinzip ansprechen. Und... damit der geladen wird. Ja, damit der geladen wird. Warte mal, ich brauch den Flammen-Slot. Scheiße. Äh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, deswegen ist das ja nicht gut. Ja, ne, ne, was werf ich denn weg, was werf ich denn weg, was werf ich denn weg, was werf ich denn weg? Ja, komm. Schnauze. Ja, jetzt löst das ich nämlich wieder auf. Das liebe ich. Waaah. Da ist er wieder. Das ist, das macht nämlich der andere Uruboros auch, der war im zweiten Kapitel da rum. Schmeiß so'n... Schmeiß so'n... Stängel von dir weg, um... Oh, ja, toll. Das Stängel von dir weg... Nein, ich schmeiß die MG weg, weil die nämlich nicht viel bringt. Die ist unten ab und bringt deswegen nicht viel Geld. Okay. Jetzt ist er gut. Das war... Hätte vorher also nichts gebraucht. Ja. Ich glaub wir haben dafür gute Schätze, dass wir das Geld wiederbekommen quasi. Der druckt gar nicht. Nein, ich meine, was man bisher aufgeht, damit kann man es schätzen. Noooon. It's up to you! Burn that son of a bitch! Ah... Ah! Der ist hinter uns! Ich will burn ihn jetzt trotzdem. Motherfucker! Wir sind vor, was in den Regen ist hier. Burn it out! Schöp!